Silvia, Silvana und Co. Baby waren bei den Wollnys Schockbeichte, mein erstes Kind war kein Wunschkind, ein Drittel bei den Wollnys ist immer was los. Seit 2011 führt Mama Silvia mit ihren elf Kindern ein Leben vor der Kamera. Der Nachwuchs arbeitet bereits selbst an einer eigenen Kinderschar. Zwei Drittel Silvana Wollny und ihr Liebster Florian erwarten ihr zweites Kind. Drei Drittel Peter und Sarafina planen seit Jahren Nachwuchs, doch bisher will es einfach nicht klappen. Ein Drittel bei den Wollnys ist immer was los. Seit 2011 führt Mama Silvia mit ihren elf Kindern ein Leben vor der Kamera. Der Nachwuchs arbeitet bereits selbst an einer eigenen Kinderschar. Bei der XXL-Familie gibt es schon wieder Nachwuchs, doch die Fans der Wollnys finden das langsam nicht mehr lustig. Lieber ein Kind auf dem Kissen als eines auf dem Gewissen wie die Mutter, so die Kinder. Dass Reality-TV-Star Silvia Wollny schon zum vierten Mal Oma wird, ist nicht verwunderlich. Schließlich hat die elffache Mutter ihrem Nachwuchs stets vermittelt, wie fantastisch so eine XXL-Familie ist. Betont die 54-Jährige und erklärt, dass sie bei ihrer ersten Schwangerschaft auch gerade einmal 18 Jahre alt gewesen sei. Sie habe damals nur einen Kinderwagen, eine Kaffeemaschine und eine Decke besessen. Doch den Gedanken, das Kind nicht zu bekommen, habe sie nie gehegt. Denn ihr Vater habe immer gesagt, puh. Mit dieser Moral wachsen auch Tochter Silvana und ihre Geschwister auf. Hater Hudson gegen die Wollnys bereits vor fünfeinhalb Jahren brachte die damals erst 20-Jährige die kleine Selina Sophie auf die Welt, nun verkündete sie ihre zweite Schwangerschaft. Im Dezember letzten Jahres legte Schwester Kalanta, 18, mit ihrem ersten Baby nach. Auch Sohn Jeremy Pascal ist bereits Papa. Mama Silvia ist super stolz, doch einigen Fans ist dieser Kindersign nicht geheuer. Lästert ein Follower. Mein erstes Kind war kein Wunschkind guter Punkt. Denn Silvia lässt selbst durchblicken, dass sie damals eigentlich noch gar nicht bereit für die Mutterrolle war. Silvia musste sehr schnell erwachsen werden. Private Wünsche? Berufliche Ambitionen? Konnte sie vergessen. Sie hat viele Abstriche machen müssen, und das scheint sie auch von ihren Kinds zu erwarten. Im OK. Interview rechtfertigt sich Silvia, dennoch bleibt Silvia realistisch, es muss zu 100% klar sein, dass man jemandem das Leben schenkt und man sich darum kümmern muss. Sie selbst gehe damit bestem Beispiel voran, meine Kinder wissen, wie man sich als Mutter verhält. Sie haben es ja jahrelang mitbekommen. Text, Vivian Herbst Weitere spannende People-Geschichten von Helene Fischer bis hin zum Bachelor und Heidi Klum liest du in der aktuellen Ausgabe der OK. Jeden Mittwoch neu am Kiosk. Weitere spannende People-Geschichten von Helene Fischer bis hin zum Bachelor. Weitere spannende People-Geschichten von Helene Fischer bis hin zum Bachelor. Weitere spannende People-Geschichten von Helene Fischer bis hin zum Bachelor.